Hallo und herzlich willkommen zu unserer Geigenstunde. Heute gibt es mal wieder ein weiteres Stück im Repertoire und wir werden Jingle Bells spielen. Das kann man, so finde ich, über das ganze Jahr spielen, das macht zumindest den Kindern immer Spaß. Wenn es ihnen oder dir auch Spaß macht, dann lad dir einfach die Noten unten aus der Dropbox runter, druckst du dir aus und da möchte ich auch gar nicht länger reden. Ich werde euch einzählen und das Video funktioniert so. Ich werde immer eine Stimme auslassen, sodass ihr die Möglichkeit habt, dort euer Spiel unter Beweis zu stellen. Jetzt geht es schon los. Macht euch bereit. Drei, vier, zwei, zwei, drei, vier. Drei, vier, zwei, drei, vier. Drei, vier, zwei, drei, vier. Drei, vier, drei, vier. Drei, vier, drei, vier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020